Hallo und herzlich willkommen bei Bewusstsein TV. Hier ist wieder die Alex. Ich möchte euch heute etwas ganz Besonderes präsentieren. Ich habe verschiedene KI-Modelle für eine Prognose zu unserer Zukunft für 2024 befragt. Bleibt dran, es wird spannend. Aufgeteilt ist es in jedem einzelnen Monat. Bis gleich nach dem Intro. Hier ist der Überblick für das Jahr 2024. Januar 2024. Politische Turbulenzen und KI im Gesundheitswesen. Der Auftakt des Jahres 2024 verspricht ein wahrhaftiges Kaleidoskop an Ereignissen. Politische Turbulenzen könnten die Schlagzahlen dominieren, angetrieben von globalen Unstimmigkeiten und regionalen Spannungen. Die Welt könnte an einem Scheideweg politischer Unsicherheit stehen, während internationale Akteure um Einfluss und Ressourcen ringen. Ein vielschichtiges Schauspiel geopolitischer Entwicklungen könnte sich entfalten und die Welt könnte Zeuge bedeutender Veränderungen in der internationalen Arena werden. Gleichzeitig wird der Januar Zeuge einer faszinierenden Transformation im Gesundheitssektor durch die Implementierung von künstlicher Intelligenz. Diese hochentwickelte Form der Computertechnologie ermöglicht es, komplexe Aufgaben menschenähnlich zu bewältigen. Medizinische Fachkräfte setzen KI ein, um personalisierte Diagnosen zu erstellen und maßgeschneiderte Therapiepläne zu entwickeln. Dieser technologische Fortschritt könnte einen bedeutenden Wendepunkt in der Art und Weise markieren, wie wir Gesundheit und Medizin verstehen. Der Januar könnte somit nicht nur von politischen Unruhen geprägt sein, sondern auch den Startpunkt für eine revolutionäre Ära der Gesundheitsversorgung darstellen. Februar 2024 Medizinische Durchbrüche und VR im Tourismus Der Februar entfaltet sich als ein Monat der medizinischen Wunder und virtuellen Entdeckungen. Forschungseinrichtungen verkünden bahnbrechende Fortschritte in der Behandlung von Krankheiten wie Alzheimer und Krebs. Diese medizinischen Durchbrüche versprechen nicht nur eine Erhöhung der Lebenserwartung, sondern auch die Linderung von Millionen von Menschenleiden. Inmitten dieser Triumphmomente erlebt der Tourismussektor eine Revolution durch Virtual Reality. VR, eine Technologie, die den Nutzer in eine computergenerierte Umgebung versetzt, als wäre sie real, prägt einen neuen Weg des Reisens. Reisende können durch VR immersive Erlebnisse von fernen Orten genießen, ohne physisch anwesend zu sein. Diese Technologie verspricht die Grenzen des Tourismus zu erweitern, bringt jedoch auch ethische Diskussionen über die Konsequenzen und den verantwortungsbewussten Einsatz dieser Technologie mit sich. Der Februar verspricht somit nicht nur medizinische Wunder, sondern auch einen faszinierenden Einblick in die Zukunft des Reisens durch die Linse virtueller Realität. März 2024 Technologischer Fortschritt und erneuerbare Energien Der März präsentiert sich als eine fesselnde Sinfonie des technologischen Fortschritts, die weit über die bisherigen Grenzen hinausgeht. Künstliche Intelligenz dringt weiter in unseren Alltag vor und alltägliche Abläufe könnten von intelligenten Maschinen übernommen werden. Wir werden Zeugen eines Übergangs von theoretischen Konzepten zu praktischen Anwendungen von KI. Parallel dazu erleben wir einen wahren Boom in der Robotik, einer Technologie, die physische Aufgaben automatisiert und Menschen mit Fähigkeiten ausstattet, die weit über die menschlichen hinausgehen. Der Einfluss erneuerbarer Energien auf unserem Lebensstil wird sich vertiefen, da nachhaltige Technologien verstärkt zur Energieerzeugung genutzt werden. Diese Ära des technologischen Wandels und umweltfreundlicher Innovation könnte eine entscheidende Phase in der menschlichen Geschichte markieren. Der März verspricht nicht nur faszinierende Entwicklungen in KI und Robotik, sondern auch eine nachhaltige Zukunft in der Technologie und Umweltschutz Hand in Hand gehen. April 2024 Nachhaltigkeit und virtuelle Realität in Bildung Der April entfaltet eine harmonische Symbiose zwischen Nachhaltigkeit und Bildung. Eine Welle globaler Initiativen zur nachhaltigen Entwicklung durchzieht die Welt, während Länder und Unternehmen verstärkt und auf umweltfreundliche Praktiken setzen. Ein grüner Schub, der nicht nur den Fokus auf erneuerbare Energien lenkt, sondern auch ökologisch verantwortungsbewusste Produktionsmethoden in den Vordergrund rückt. Parallel dazu erlebt die Bildungswelt eine Revolution durch die rasante Integration von virtueller Realität. In den Klassenräumen der Zukunft ermöglicht VR den Schülern und Studenten eine immersive Lernerfahrung. Ob virtuelle Reisen zu historischen Orten oder interaktive Einblicke in komplexe Konzepte. Bildung wird lebendig und fesselnd. Der April ist somit nicht nur ein Monat der Nachhaltigkeit, sondern auch der Beginn einer neuen Ära in der Art und Weise, wie wir Wissen aufnehmen. Mai 2024 Wirtschaftliche Erholung und KI-Assistenzsysteme Mit flächendeckenden Impfungen und Lockerungen erholt sich die Weltwirtschaft von den Schatten der Pandemie. Diese wirtschaftliche Blütezeit könnte von KI-Assistenzsystemen begleitet werden, die nahtlos in unseren Alltag integriert sind. Virtuelle Assistenten, angetrieben von künstlicher Intelligenz, könnten zu unverzichtbaren Begleitern werden, die Aufgaben automatisieren, Informationen bereitstellen und komplexe Entscheidungen treffen. Der Mai könnte so nicht nur als Symbol der wirtschaftlichen Erholung stehen, sondern auch den Beginn einer neuen Ära markieren, in der Menschen und Maschine in enger Zusammenarbeit agieren. Die Integration von KI-Assistenzsystemen verspricht, den Alltag effizienter und innovativer zu gestalten. Juni 2024 Sportliche Großereignisse und grüne Technologien Der Juni wird zum Schauplatz für sportliche Höchstleistungen und den glänzenden Auftritt grüner Technologien. Während die Olympischen Spiele und die Fußball-Europameisterschaft die Welt in ihren Bann ziehen, wird auch die Bühne für nachhaltige Innovationen bereitet. Sportliche Großereignisse dienen nicht nur der Unterhaltung, sondern werden zu Plattformen für grüne Technologien. Die Stadien könnten von erneuerbaren Energien angetrieben werden, Nachhaltigkeitsinitiativen könnten im Fokus stehen und bahnbrechende Technologien könnten den Sport zu einem Vorbild für ökologische Verantwortung machen. Der Juni verspricht nicht nur spektakuläre sportliche Momente, sondern auch die Fusion von Sport und Umweltbewusstsein. In der sportlichen Leistung geht alles Hand in Hand mit dem Streben nach Umweltschutz. Juli 2024 Reiseerlebnisse und KI in der personalisierten Medizin Der Juli entfaltet eine faszinierende Doppelnatur, die das Reisen und die Medizin in den Mittelpunkt rückt. Eine weltweite Erholung ermöglicht Reiseerlebnisse, die durch Impfungen und Lockerungen beflügelt werden. Es ist nicht nur die Rückkehr zu fernen Orten, sondern auch eine Wiedergeburt des Reisens als kulturelle Bereicherung. Gleichzeitig setzt künstliche Intelligenz ihren Siegeszug in der Medizin fort, insbesondere in der personalisierten Gesundheitsversorgung. Durch die Analyse individueller genetischer Profile ermöglicht KI eine neue Ära der personalisierten Medizin. Maßgeschneiderte Therapien und präzise Diagnosen könnten die Norm werden. Der Juli wird so nicht nur zu einem Monat des Entdeckungsferner Orte, sondern auch zu einem Meilenstein in der Anwendung von KI für die personalisierte Medizin. August 2024 Smart Home Revolution Der August entfaltet eine Revolution im eigenen Zuhause, geprägt von der Integration intelligenter Technologien. Smart Home Technologien entwickeln sich weiter und optimieren unseren Lebensstil durch nahtlose Gerätekommunikation. Dieser Monat verspricht eine höhere Lebensqualität durch automatisierte Prozesse und intelligente Wohnraumgestaltung. Gleichzeitig entfachen Datenschutzdebatten hitzige Diskussionen über die ethische Nutzung persönlicher Informationen. Die Balance zwischen Bequemlichkeit und Privatsphäre wird zu einer Schlüsselfrage. Während das Zuhause immer intelligenter wird, müssen wir ethische Grenzen ziehen. Der August wird somit nicht nur Zeuge einer Smart Home Revolution, sondern auch Schauplatz grundlegender Diskussionen über Datenschutz und Ethik in der Technologie. September 2024 Klimawandel und medizinische Forschung durch KI Der September richtet den Fokus auf zwei bedeutende Themen, den Klimawandel und die medizinische Forschung durch künstliche Intelligenz. Die Weltgemeinschaft intensiviert ihre Anstrengungen gegen den Klimawandel, während gleichzeitig KI die medizinische Landschaft revolutioniert. KI-Systeme, ausgestattet mit der Fähigkeit zur Analyse riesiger Datensätze, beschleunigen die Entdeckung neuer Medikamente und transformieren die Herangehensweise an Krankheitsverständnis und Behandlung. Dieser Monat wird zu einem Wendepunkt, der nicht nur den Blick auf eine nachhaltige Erde schärft, sondern auch den Weg für eine fortschrittliche Medizin ebnet. Oktober 2024 Technologische Innovationen und nachhaltige Praktiken Der Oktober entfaltet sich als ein vielversprechender Monat, in dem die Bühne für faszinierende technologische Innovationen und wegweisende nachhaltige Praktiken bereitet wird. Die Welt erlebt einen weiteren Schub in Richtung Zukunftstechnologien, wobei künstliche Intelligenz, Robotik und autonomes Fahren in den Mittelpunkt rücken. Diese Technologien machen nicht nur bedeutende Fortschritte, sondern formen auch die Grundlagen für eine transformative Ära. Die Beziehung zwischen technologischem Fortschritt und Umweltschutz wird besonders betont. Nachhaltige Praktiken gewinnen an Bedeutung, während sich Unternehmen und Initiativen für umweltfreundliche Produktionsmethoden einsetzen. Es geht nicht nur um Innovation, sondern auch um die Verantwortung gegenüber unserem Planeten. Digitale Bildungsinitiativen werden ebenfalls in den Vordergrund gerückt, da der Monat einen Schwerpunkt auf die Förderung von Wissen und Bewusstsein für zukünftige Generationen setzt. Der Oktober wird somit zu einem Symbol für die gelungene Vereinbarkeit von technologischem Fortschritt und Umweltschutz, wo Innovationen Hand in Hand mit nachhaltigen Praktiken gehen. November 2024 Politische Veränderungen und KI in der Logistik Der November trägt das Gepräge politischer Veränderungen und Bedeutung der Wahlen, die das globale Gefüge beeinflussen könnten. Parallel dazu gewinnt künstliche Intelligenz in der Logistikbranche zunehmend an Bedeutung. Diese beiden Aspekte bilden eine faszinierende Schnittstelle von Technologie und politischem Wandel. Politische Entscheidungen und Wahlprozesse werden in den Fokus gerückt, während die Welt die Auswirkungen auf die internationale Zusammenarbeit beobachtet. Gleichzeitig treibt die Integration von KI in der Logistikbranche die Effizienz und Nachhaltigkeit von Lieferketten voran. Der November wird somit zu einem Monat des politischen Umbruchs und der technologischen Revolution in der Logistik. Die Weichen für eine zukünftige Zusammenarbeit und effizientere, vorausschauende Prozesse werden gestellt. Dezember 2024 Globale Zusammenarbeit und nachhaltige Innovationen Der Dezember, geprägt vom Jahresabschluss, betont die Notwendigkeit globaler Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der KI-Forschung. Hierbei steht nicht nur ein Rückblick auf das vergangene Jahr im Mittelpunkt, gestaltet durch Kooperation und visionäre Ideen. Die Weltgemeinschaft rückt näher zusammen, um die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam anzugehen. KI-Forschung wird als katalytischer Motor für Innovationen und nachhaltige Entwicklungen betrachtet. Der Dezember symbolisiert nicht nur das Ende eines Jahres, sondern auch einen Neuanfang, vereint durch gemeinsame Bestrebungen und visionäre Pläne für eine nachhaltige Zukunft. Liebe Zuhörerinnen und Zuseher, diese Prognosen basieren auf verfügbaren Informationen und können sich ändern. Bewusstsein TV übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vorhersagbarkeit dieser Ereignisse. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, um keine unserer Videos zu verpassen. Und teilt euer Feedback mit uns. Euer Feedback und eure Unterstützung bedeuten uns sehr viel. Folgt uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook, Instagram, Telegram, Spotify und YouTube, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und keine Neuigkeiten zu verpassen. Vielen Dank, dass ihr Teil unserer Bewusstsein TV Community seid. Bis bald, eure Alex von Bewusstsein TV